einen schönen guten abend leute eine ganz kurze meldung für alle die sich wundern die die oculus rift haben ihr könnt im moment nicht mit der oculus rift zocken weil es gibt irgendwie eine art zertifikat fehler bei der oculus runtime services bei dem bei dem dienst und deswegen kriegt eine fehlermeldung das liegt nicht an eurer rift ihr habt nichts kaputt gemacht es ist alles nicht eure schuld das liegt bei oculus das problem und wir jetzt hier sehen könnt hat oculus den status schon bestätigt die sind dabei eine lösung zu finden im moment ist noch nicht klar wann das behoben wird das kann jetzt bald sein das kann aber auch erst morgen oder so sein wissen wir noch nicht ich wollte euch nur einmal kurz darauf aufmerksam machen dass ihr im moment nicht mit der oculus rift zocken könnt also entweder reicht auf eine andere brille aus oder ihr müsst leider moment dann halt mal ein paar spiel auf dem monitor zocken das wollte ich euch nur sagen jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen abend bis bald woode die e ja 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 ja